Die Naht des vorderen Kreuzbandes ist sicherlich ein sehr viel diskutiertes und aktuelles Thema. Grundsätzlich ist es möglich, das vordere Kreuzband zu erhalten und auch zu nähen. In unserer Hand machen wir eine Kreuzbandnaht nur in sehr ausgewählten Fällen, sprich eine kurze Dauer von dem Unfall bis zur geplanten Operation, bestimmte Rissformen des vorderen Kreuzbandes, wenn das vordere Kreuzband in sich intakt ist, aber zum Beispiel von dem Oberschenkelknochen abgerissen ist und wenn keine höhergradigen Begleitverletzungen vorliegen. Die Alternative zur Naht des vorderen Kreuzbandes bei einer von dem Patienten empfundenen Instabilität des Kniegelenkes wäre die Ersatzoperation mit einer körpereigenen Sehne und wir besprechen das Vorgehen in der Regel immer so, dass wir letztendlich die Entscheidung zur Naht oder zum Ersatz in der Operation bei dem Blick ins Gelenk entscheiden.